Für mich haben die außergewöhnlichen Wünsche meiner Kunden Priorität und ich gehe dafür gerne die extra Meile. Die größte Herausforderung bei diesem Event war die amerikanische Rockband. Das Managen einen großen Teams aus verschiedenen Nationalitäten und mit verschiedenen Sprachen. Genau das ist es auch, was mich an meinen Job so reizt. Nichts ist unmöglich und kein Job ist zu groß. Wir alle, so auch unsere Kunden, stehen in der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Nachhaltigkeit stoppt bei uns nicht nur beim Plastik sparen. Von regionalen Produkten kombiniert mit exklusiven Produkten oder auch Spenden anstatt Geschenke. Mit meinem Team persönlich vor Ort zu sein, ist A und O für mich. Die Gäste sollen das Gefühl haben, es ist immer jemand greifbar und mein Kunde sollte immer den Rücken frei haben. Erstaunte glückliche Gesichter und Kunden mit Freunden drinnen, das ist mein Lohn. Stars auf der Bühne und eine bebende Menschenmenge, da bekomme ich sofort wieder Gänsehaut. Abonniert geliglich! Abonniert gelangen! Untertitelung des ZDF, 2020